Das warst du nicht. Spätestens jetzt hättest du dich beschwert. Gut, gut, gut. Au, 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 Benji. Das ist ja ein Gedicht. Das ist jetzt ein Gedicht. Dieser Rand. Ich hab ihn erschossen. Die Kanade war umsonst. Aber ne, die hat mich aufgescheucht. So, dann mal gucken, was hier abgeht. Pieken wir. Ja. Müdigkeit merkt an dein Gebein. Achso, wir wollen ja in die... Wir müssen ja da hin. Boah, ich hab das so lange gespielt, ey. Boah, herrlich. Boah, herrlich. Geil. Ich hab's zwar heute schon gespielt, aber ich find's trotzdem wieder geil. Aber wir laufen doch jetzt scheiße. Wir müssen doch rüber zum Sägewerk. Nö, das geht nicht. Ja. Wir können ja hier durch den Wald rennen oder so. Ja. Oh. Was? Spieler? Hinten. Da kommt ein Spieler. Ne, das ist Benji. Oder? Nein, da hinten. Kommt mit. Den holen wir. Den knallen wir ab. Benji, du hast schon in die richtige Richtung geguckt. Stimmt. Er muss ja hinter dem Felsen sein, der vor uns ist. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Achso, ein Step. Einer, ey. Ich renne mal vor, knallt mich nicht mit ab. Ne, mach ihn nie. Achso. Ja. Jetzt ist er tot. Ist er noch einer, oder was? Ja. Und was bin ich denn grad hängen geblieben? Ich höre auch noch einen. Oh, alter. Drückt. Er presst mir ordentlich rein. Der Sound ist jetzt anders, muss ich sagen. Findest du? Ja. Ich bin auf dem Berg. Alter, wo kommen denn die? Ich hab ihn. Wo kommen denn die her? Keine Ahnung. Ich hab hier. Ich hab hier unten. Okay. Also dieses 3D-Ding wurde grad besser, fand ich, als sonst. Okay. So. Okay, ich geh mal ins Gemüche nachladen. Ich hab... Oh, nee. Bin gebrochen. Ich voll die tot. Alter, was macht ihr? Das ist auf mich. Ja, auf mich auch. Wer hat... Spieler. Keine Ahnung. Ich komme mal rum hinterm Felsen. Hat mich richtig krass erwischt. Hat mich richtig krass erwischt. Ob das warst du, der geschrien hat, das kann auch sein. Von wo? Von wo? Das kann ich grad nicht sagen, weil... Wo ist das? Wer seid ihr? Ich bin im Gebüsch. Ich bin an dem Felsen. Ähm. Okay. Ich renne mal wieder zurück. Schmeiß mir mal einen Pinkeller. Ich hör die Schüsse. Alter, der hat... Er schießt einer von euch? Oh. Ich hör jemanden im Gebüsch. Ich hör euch. Ich bin... Ah, ich bin bei dir. Ich bin im Gebüsch. Das Gap sehe ich erstmal nicht. Gehen wir kurz zum Zelt. Ich bin am Zelt, ne? Mhm. Wir sind drüben auf der anderen Seite. Gehen wir... Verstecke mich mal ein bisschen hier oben. Okay, ich komme. Er hockt dort. Benji, hockst du dort? Ich bin im Gebüsch, ja. Vor mir. Weiß ich nicht. Wo bist du? Das warst du nicht. Spätestens jetzt hättest du dich beschwert. Oh. Du bist da unten. Hier ist der Spieler. Hier liegt was. Den hast du erschossen, oder was? Hm. Mal kurz gucken, was er hat. Wo ist denn Benji? Ich bin nur im Gebüsch. Er hockt weiter unten. Ja, ja. Bisschen bergabwärts. Bin schon einfach noch vorbeigelogen. Von dem Typen anscheinend. Ui. Er hat Rubel dabei gehabt. Der gute Mann. Welches Level? Sollte sich's unter... Die Vorhaut rubeln. Ne, das war ein Skepp. Jetzt hätt ich ihn auch mal an. Na ja, gut. Jetzt sind die drei Hütten gar nicht mehr so weit weg. Nö. Ich hör Schritte. Ich hör Schritte vor mir. Ich hör Schritte vor mir. Das ist ein Given. Gerne! Ich guck mal. Au, au. Benji! Schaun! Ab und ab und ab auf. Wer schießt denn auf mich, Alter? der lacht da nicht im gebüsch am felsen schaffen ach so alter wie hatten der mich ja zugesetzt das gibt's doch gar nicht ich habe halt nicht gesehen weil das so ein bisschen in der senke war also halte ich mal ich geh mal hin das gibt's doch gar nicht der hat mich komplett zerlegt aber links neben dir liegt das k-paket okay danke und wie sieht deine weste aus 55 3 55,3 von 73 beutel ich finde ich habe es danke der schuss kam jetzt von hinten ich glaube von beutel von einem von einem car dings kommt nichts wieder zurück ich habe sie auch gefunden alles gut wenn du noch ein cms brauchst oder so ich habe noch drei einstecken blind habe ich esmarsch habe ich mein cms ist gerade zur neige gegangen aber alter das wird doch nicht mal mehr reichen alle gliedmaßen auch intakt braucht kein cms oder so ja alles noch alles wieder ganz das kam von rechts oben ich würde sagen sturm oder ja wartet ich muss noch kurz nachladen alter hat er mir das war ein skeff echt hat mir ordentlich zugesetzt ich will noch mal drauf schießen auf dieses schwein ja dann können wir sturm von mir aus machen das ist die container sind die nicht gleich luftlinie hier einfach geradeaus ja also ein bisschen diagonal schräg rüber ich bin schon ein bisschen vorgelogen jetzt so wasser linie rein ok da unten liegt das schwein da liegen schon die ersten leichen da drüben wir sind weiter links zu dir benji viel weiter links ich glaube hier links wo ich bin ist es sind gleich auch die hüttenwässer ich habe ja was wahrscheinlich gehört das war ich vielleicht nicht so weit weg bist du an dem lkw benji nein ja ich bin am lkw mit zu baum stemmen pölz ok da kommen wir auch hin warte mal ne benji ist weiter viel weiter rechts von dem lkw der ist da drüben was rechts benji ist viel weiter rechts du bist grad wohin gerannt wo benji nicht ist aber hier sind noch die hütten da müssen wir doch hin ja ich dachte du hast jemanden gesehen also ich bin jetzt genau bei den hütten genau da unten ist einer ok ich komme runter ich bin genau bei den hütten da läuft da oben das bin ich das bin ich das bin ich also ich bin jetzt unten bei den hütten ok ich komme auch runter wer kommt da runter benji ich komme von rechts scheiße wo sind denn die hütten na hier wo bist denn du ah ja ich komme wer ist denn in der hütte drin ich bin schon drin aljoscha aljonka aljoscha oh ein safe safe house ich bin wahrscheinlich nicht in der richtigen hütte ne du bist in die hütte wo ich davor liege wir sind cms braucht das jemand matze 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 oh ja der skeff der draußen liegt hat das ah ok sehr schön das ist ja ein gedicht ist jetzt ein gedicht dieser rand also ich bin in dem anderen haus ich bin im dritten da liegt der skeff davor ja gibt es noch wasser irgendwo ich gehe mal ins erste haus ich habe gerade afelsaft getrunken so wo muss ich ins erste ins dritte ich bin da im dritten gewesen von welcher seite fangt er an zu zählen ne boi du bist in den ersten gewesen ja das ist bei mir das dritte das erste mal hier ist der drei draußen dran alter hier ist eine riesengroße fette teil ach so da stehen sogar zahlen er schiebt mich zur seite ach da stehen sogar zahlen dran das habe ich auch nicht gewusst aber jetzt war ich gerade hier so schön was muss hier drin machen irgendwas suchen ja unter dem bett klopfen liegt das ach da trifft uns nicht wo hat der sein scheiß cms der idiot ja warte mal hier draußen ich höre schon mal auch jemand ist von euch jemand draußen ich luft gerade hinten her ja ich gehe aber mal rein in den zwei so ich bin drin oh ich bin drin oh der ist nah der ist nah da kommt er wer steht denn da der steht genau woher dahinter kommt ja noch einer vorsicht den kannst du abknallen wenn ich sehe wenn ich sehe wenn ich hier macht schon wieder spaß geh mal unten action mal oh nice ich hab doch noch nicht gesehen wo ist der hinten da schießt einer da hinten den sollten wir vielleicht mal eliminieren unschädlich machen meinst du ich bin erstmal nachlaufen die sind alle hier drin hocken wenn hier eine granate reinfliegt dann warst du das mit uns ich muss vor allem überpissen das geht mir richtig auf den sack echt was ist denn los hast du was bist du dir gesoffen oder was bier ein bier und wie bist du in der hütte ne ne ich bin davor vor welcher vor der ersten also die mit der zahl eins jetzt wirkt das dir rein jetzt wirkt das dir rein jetzt wirkt das dir rein der beutel was denn geht ja mal durchs gebüsch ach ne 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 in den gebüsch ist irgendwo ein skeff in welchem genau vorteil in links irgendwo war da ich habe eine granate das ist schwierig ja jetzt wirf ja jetzt wirf ja jetzt wirf ja ich habe ihn erschossen super die granate war umsonst aber ne die hat mich aufgescheucht die ganze scheiß side war da drinne ach so ja ja das meinte ich habe mich ja konzentrieren wir müssen jetzt hier raus ja 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 stimmt wo müssen wir denn raus äh wir haben bridge extraction auswärts 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 gleich um der ecke oder factory gate zb14 zb14 ja da können wir schluss machen wir mit welche wichtung naja so hinter hinter nahezu hinter ok los naja einer gibt den ton an und die anderen voll gut schön skeff skeff von rechts also von hinten ja ah ich bin doll nein was ich bin doll hä oh ich auch das ist keins was oder der ne da schießt einer alter mit schall gedämpft alter dieser hurensohn aber der hat auch ein ne es war roberto bianco hehehe keiler name hehehe ja bei mir auch roberto bianco hehehe ich muss pissen bis gleich bis gleich scheiße jetzt muss ich das quasi nochmal machen nein oh wer hat mich erschossen roberto bianco das ist klar das ist klar muss ich die scheiße nochmal machen jetzt boah sinnlos sinnlos eine ganze geile loot rack das ist 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 das ist